Ich wollte mich hier bewerben. Ihr werdet mir Anweisungen geben, denn ihr wisst ja, wie es geht und ich noch nicht. Wir machen erst mal so eine kleine Yoga-Session. Und jetzt nehmen wir die Hände kurz zusammen. Du machst jetzt auf jeden Fall die Hundestellung mit noch einmal Hundebell. Ihr könnt das noch einmal machen, bitte. Ich mache einen kurzen Downward-Facing Dog. Hallo und herzlich willkommen. Mach mal den Zinnermood-Ding auf und beiß rein einfach und ungefragt. Was ist das? Direkt rein. Ne, wie war? Da hätten wir doch lieber mal das Geld genommen. Ich bin Paul Rübke, ich bin 43 Jahre alt und mach so Quatsch im Internet.